Vor wenigen Wochen, gerade noch in jenen sonnengedrängten Tagen des Spätsommers, als die Blätter langsam begannen, sich in satten Rottönen zu färben und die Abende eine zarte Kühle versprühten, machte es den Anschein. Als könnte die Romanze zwischen Hannah Weig, der 27-jährigen Entertainerin mit einem strahlenden Lächeln, und Dr. Giovanni Angiolini, dem 42-jährigen angesehenen Beauty-Doc mit einem Charme, der die Herzen im Sturm eroberte. Für eine längere Zeitspanne verweilen. Ihre Liebe war nach frisch und voller Versprechen, die sich wie funkelnde Sterne am nächtlichen Himmel entfalteten. Volle Euphorie und Hingabe hatten sie vor wenigen Wochen ihre Zuneigung öffentlich gemacht, indem sie ihre Glücksmomente auf Instagram mit der Welt teilten. Gemeinsame Schnappschüsse, die sie eng umschlungen auf einem malerischen Boot zeigten, ließen die Herzen ihrer zahlreichen Anhänger höher schlagen. Es war Anfang August, als das Riel der beiden auf der Seite der talentierten 27-Jährigen erstrahlte, wie ein Moment aus einem romantischen Film, der die Hoffnung auf wahre Liebe erneut entfachte. Doch das Schicksal der Liebe ist oft ungewiss, und so erleben wir, knappe fünf Wochen später, eine Wende, die u-plötzlich und unerwartet erscheint. Das Riel ist verschwunden, als wäre es nie da gewesen. Und die Frage drängt sich auf, ist das Feuer ihrer Liebe etwa schon nach wenigen Monaten wieder erloschen? Die Spekulationen sind in vollem Gange, und die Neugierde der Öffentlichkeit wächst. In diesem Kontext ist es nicht ohne Bedeutung, dass Bromiflash kürzlich enthüllte, dass die ehemalige Ehefrau des GZSZ Stasian Schlöhnfugt, der stolze 37 Jahre auf seinem Lebensweg zurückgelegt hat, ihrem einstigen Ehemann und Kollegen nicht mehr auf den sozialen Medien folgen soll. Die kleinen Risse, die bereits zuvor in der glänzenden Oberfläche ihrer Liebe zu erkennen waren, scheinen nun größer zu werden. Die Gerüchte-Küche brodelt, und die Frage nach dem aktuellen Stand ihrer Beziehung steht im Raum. Dieser kleinen Unstimmigkeiten würde ein Ende ihrer Beziehung zweifellos als überraschend empfunden werden. Erst im vergangenen Sommer hatte Hannah Weichs Ex-Mann Jan Schlöhnfugt verkündet, dass er und Giovanni Ancioline sich bald persönlich kennenlernen wollen, eine Geste, die die Hoffnung auf eine harmonische Verbindung zwischen den beiden Männern symbolisierte. Die Zukunft dieser Liebe bleibt in der Schwebe. Und die Welt schaut gespannt zu, wie sich das Kapitel zwischen Hannah Weich und Dr. Giovanni Ancioline weiterentwickeln wird.